Robbie Williams ist ein britischer Musiker und Entertainer. Williams hat weltweit über 77 Millionen Tonträger verkauft. Er erhielt mit bislang 17 BRIT Awards mehr als jeder andere britische Künstler sowie einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde für 1,6 Millionen an einem einzigen Tag verkaufte Eintrittskarten. Kindheit und Jugend Robbie Williams wurde in Thunstall, einem Stadtteil von Stockholm, von Trent, Staffordshire, England, geboren und wuchs ab seinem ersten Lebensjahr im Nachbarort Boersleben auf. Seine Mutter Jeanette und sein Vater Peter betrieben gemeinsam einen Pub, das Redlein. Seine ältere Halbschwester Sally ging aus einer früheren Ehe der Mutter hervor. Robbys Großvater mütterlicherseits Jack Farrell war ein irischer Katholik, nach ihm benannte Williams sein 2011 gegründetes Modelabel Farrell. Seiner Großmutter väterlicherseits Betty, die in einer Töpferfabrik arbeitete, widmete Williams das tätowierte B hinter seinem linken Ohr. Sein Großvater väterlicherseits war Maurer. Peter Williams verließ die Familie, um als variierte Künstler in britischen Feriencamps aufzutreten, als sein Sohn drei Jahre alt war. Robbie Williams wuchs von da an mit seiner Halbschwester bei seiner Mutter auf. Durch regelmäßige Besuche bei seinem Vater wurde er aber entscheidend in seinem Wunsch beeinflusst, im Rampenlicht zu stehen. Von seinem Vater rappte er auch die Liebe zur Swingmusik und zu deren Interpreten, vor allem Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Diese bezeichnet er bis heute als seine Vorbilder. Von klein auf sammelte Williams Bühnenerfahrung. Er gewann seinen ersten Talentwettbewerb im Alter von drei Jahren und spielte Theater in verschiedenen Vereinen. Auftritte hatte er zum Beispiel als Fatboy in Pickwick im Alter von zwölf Jahren und als Artful Dodger in Oliver Twist im Alter von vierzehn Jahren. Williams hat keinen Schulabschluss. Nach eigener Angabe ist er zwar zu den Prüfungen für das GCSE angetreten, jedoch erfolglos. Wie in seiner Biografie viel nachzulesen ist, hat er bereits vor der Zeit bei Take That angefangen, mit Drogen zu experimentieren und Alkohol zu trinken. In der Zeit zwischen dem Verlassen der Schule und der Karriere bei Take That absolvierte er ein Praktikum bei einem Radiosender und arbeitete als Haustürvertreter für Fensterrahmen. Karriere bei Take That Hauptartikel Als seine Mutter 1989 eine Anzeige entdeckte, in der Jungen für eine Boygroup gesucht wurden, meldete sie den 1,5-Jährigen zum Auswahlverfahren an, bei dem die späteren Mitglieder von Take That ermittelt wurden. Zunächst nur als Ersatz unter Vertrag genommen, wurde Williams schon bald festes Mitglied von Take That. Die Gruppe wurde zur kommerziell erfolgreichsten Boygroup der 1990er Jahre mit zahlreichen Top 10 Erfolgen in der ganzen Welt und Williams. Obwohl lediglich bei den Songs Could It Be Magic, Everything Changes und E-Found Heaven als Hauptsänger zu hören, war das populärste Mitglied. Am 17. Juli 1995 wurde bekannt gegeben, dass Williams nach Drogen und Partyexzessen die Band verlassen müsse. Er selbst, unzufrieden mit seiner Rolle in der Gruppe, war nicht mehr bereit, sich an die vom Management vorgegebenen strikten und sämtliche Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens betreffenden Reglementierungen zu halten. In Deutschland mussten zeitweise Seelsorge-Hotlines eingerichtet werden, um enttäuschte Fans zu trösten. Die verbliebenen vier Mitglieder führten Take That für knapp ein Dreieundvierteljahr fort, bevor sich die Gruppe offiziell am 13. Februar 1996 Williams 22. Geburtstag auflöste. Im Juli 2010 erfolgte nach 15 Jahren eine Wiedervereinigung von Robbie Williams und Take That. Solo-Karriere 1995-1996 Vertragliche Vereinbarungen mit dem Management von Take That beinhalteten, dass eine Robbie Williams-Solo-Single erst nach der ersten Solo-Single von Gary Barlow erscheinen durfte. Durch einen Rechtsstreit konnte sich Williams aus diesem Vertrag freikaufen. Während dieser Zeit wurde seine Drogen- und Alkoholsucht von der britischen Regenbogenpresse ausführlich dokumentiert. Außerdem wurde er von verschiedenen Managern, darunter der ehemalige Take That-Manager Nigel Marine Smith, erfolgreich auf Schadensersatz verklagt. Im August 1996 wurde die Single Freedom, eine Cover-Version eines George-Michael-Hits, veröffentlicht. Sie positionierte sich zwar gut in den Verkaufslisten, hinterließ jedoch ebenso wenig wie die nachfolgenden Singles einen bleibenden Eindruck und erschien dementsprechend auch nicht auf Williams' Debütalbum. 1997 1997 hatte Williams mit E.E.E. Music ein geeignetes Management gefunden, mit dem er bis heute zusammenarbeitet. Das Album Live Through Our Lens entstand in Zusammenarbeit mit dem studierten Komponisten und Pianisten Guy Chambers, der sich auch für die kommenden vier Alben als Williams-Co-Autor und Produzent etablierte. Das Album erschien im September 1997. Nachdem die ersten drei Single-Auskopplungen sowie das zugehörige Album die Top Ten deutlich verfehlten, schien die Solo-Karriere bereits beendet. Bevor sie richtig begonnen hatte, erst die Veröffentlichung der Single Angels im Dezember 1997 brachte den Anstoß zu einer der kommerziell erfolgreichsten Pop-Karrieren der Musikgeschichte. Obgleich sich die Single nirgends an der Spitze der Verkaufslisten positionierte, gilt sie als eine der wichtigsten in Williams' Laufbahn, da sie ihm erstmals ein individuelles Image fern der Boy-Group-Karriere verlieh und ihn als ernstzunehmenden Musiker etablierte. Live-Through-A-Lens hielt sich in der Folge von Angels 48 Wochen in den britischen Top Ten, 1998 bis 1999. Das Nachfolgealbum I've Been Expecting You debütierte dagegen im Oktober 1998 direkt auf Platz 1. Vorausgegangen war die an die James-Bond-Musik von John Barry Angelente Single, Millennium. Es folgte eine Serie weiterer erfolgreicher Singles, wie zum Beispiel No Regrets in Zusammenarbeit mit Neil Tennant von den Pet Shop Boys und Neil Hanon von The Divine Comedy. Nach den ersten beiden Alben und dem massiven Erfolg in Europa folgte der erste in einer Reihe von zumeist erfolglosen Versuchen, Robbie Williams in den USA zu etablieren. Die vermeintlich erfolgversprechendsten Tracks der beiden ersten Alben wurden zum Album Diego Hesslende zusammengefasst. Eine Anspielung auf den Kriegsfilm Der Adler ist gelandet. Allerdings stießen Williams musikalische Vorstöße in den USA auf nur mäßiges Interesse. Lediglich die Singles Angels und Millennium platzierten sich dort in den Verkaufslisten, allerdings auf hinteren Plätzen. Am 28. und 29. August 1999 gab er seine beiden bis zu diesem Zeitpunkt größten Konzerte vor jeweils ca. 80.000 Zuschauern in Slain, Kassel, Irland. 2000. Für Kontroversen sorgte das Video zu Rock DJ, der Vorab-Single zum Erfolgsalbum Sing When You're Winning, indem er sich nicht nur seiner Kleider, sondern auch seiner Haut und Muskeln entledigte. Die unzensierte Version des Videos wurde auf Viva und MTV dementsprechend nur am späteren Abend gesendet. Rock DJ war eher ein Dancefloor-Titel und damit untypisch für das restliche Album. Weitere erfolgreiche Singles wurden ausgekoppelt, z.B. Kids, ein Duett mit Kylie Minogue, das ursprünglich für ihr aktuelles Album entstanden war. Sein drittes Solo-Album und die anschließende Tournee etablierten Williams endgültig als weltweiten Superstar. 2001. In einer Turnierpause und inspiriert durch seinen Beitrag zum Soundtrack für den Film Bridget Jones, einer Wiederauflage von Frank Sinatras Lied. Have You Me Themis Jones Wurde ein komplettes Album mit Swing-Klassikern produziert. Das Album war als Hommage an Williams Vorbilder, berühmte Interpreten der Swing-Musik wie Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, gedacht und sollte deren Musik auch einer jüngeren Generation nahe bringen. Die Vorab-Single Something Stupid, ein Duett mit Nicole Kidman, entwickelte sich zu einem großen Erfolg, das Album Swing When You're Winning ebenso. Es positionierte sich weltweit an der Spitze der Verkaufslisten, allerdings blieb die erhoffte Resonanz aus den USA komplett aus. Williams erntete Kritikerlob für seine Sinatra wieder Auflagen und erreichte neben seinen alten Anhängern auch eine neue und ältere Zielgruppe. Am 10. Oktober gab er ein Konzert in der Londoner Royal Albert Hall, bei dem er die Titel des Swing-Albums sang. Die zugehörige DVD-Robbie Williams Lyle at the Albert ist eine der meistverkauften Musik-DVDS 2002 bis 2003. Nachdem der alte Plattenvertrag ausgelaufen war, schloss Williams einen Plattenvertrag mit Emmy über die bis dahin unüberbotene Summe von 80 Millionen Pfund ab und sollte im Gegenzug fünf Alben liefern. Escapology ist das letzte Album, das in Zusammenarbeit mit Guide Chambers entstand. Trotz Skepsis einiger Kritiker, die Williams' Zenit bereits überschritten sahen, setzte es sich, wie auch die erste Single-Auskopplung, viel. In vielen Ländern an die Spitze der Hitparaden. Im Jahr 2003 waren Williams Konzerte in den größten Konzert-Arenen und Fußballstadien Europas innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Am 1. und 3. August 2003 trat Williams im Rahmen seiner Welt-Tournee an drei aufeinanderfolgenden Tagen live vor jeweils 125.000 Zuschauern im britischen Knapworth auf. Diese Konzerte wurden später als Live-Album-Lie at Knapworth und als DVD unter dem Titel What We Did Last Summer veröffentlicht. 2004 Bereits vor der Tour im Jahr 2003 trennte sich Williams von seinem Co-Autor und Produzenten Guide Chambers. Er begann eine Zusammenarbeit mit Steffen Duffy, Mitbegründer und Mitglied der Band Duran Duran von 1978 bis 1979. Die Single-Radio erschien im Oktober 2004 als eines von zwei neuen Liedern des Greatest-Hits-Albums. Single und Album erreichten europaweit Nummer 1 Platzierungen. Die zweite Single, Misundas, dort ebenfalls in Zusammenarbeit mit Steffen Duffy entstanden, erschien auch auf dem Soundtrack des zweiten Bridger-Jones-Films. Parallel zum Greatest-Hits-Album erschien die Biografie viel. Der Autor des Buches Chris Heath dokumentierte Williams' Arbeits- und Privatleben über zwei Jahre hinweg. Dabei wurden unter anderem dessen Drogensucht seine Ängste und Depressionen thematisiert. Als einflussreichster Künstler der 1990er Jahre wurde er in die UK Musical of Fame aufgenommen. 2005 bis 2006 Am 2. Juli 2005 trat Williams im Rahmen des Live-8-Konzertes im Londoner Hyde Park auf. Er sang die Lieder We Will Rock You, Let Me Entertain You, Feel und Angels. Das Album Intensive Care veröffentlicht am 24. Oktober 2005 Das im Berliner Velodrome vor ausverkaufter Halle vorgestellt wurde, setzte die musikalische Entwicklung, die mit Radio und der Zusammenarbeit mit Steffen Duffy begonnen hatte, fort. Erstmal spielte Williams für einige Stücke selbst Gitarre, Bass und Synthesizer ein. Tripping, die erste aus dem Album ausgekoppelte Single, wurde sein erster Nummer 1 Erfolg in Deutschland. Im Herbst 2005 begann der Ticket-Vorverkauf für die kommende Welt-Tournee. Innerhalb eines Tages wurden 1,6 Millionen Tickets verkauft, ein Weltrekord, der 2006 im Guinness Buch der Rekorde Aufnahme fand. Auf seiner offiziellen Website wurde das Innersanktum eingerichtet, ein kostenpflichtiger Bereich, in dem Mitglieder Zugang zu zusätzlichem Videomaterial, Williams' eigenem Blog und weiteren Angeboten bekommen sollten. Williams' bislang größte weltweite Tournee startete am 10. April 2006 in Südafrika und setzte sich anschließend in Europa, Lateinamerika und Australien fort. Die geplanten Konzerte in Asien musste Williams aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die Deutschland-Auftritte der Welt-Tournee 2006 wurden von den wichtigsten deutschsprachigen Presseagenturen boykottiert. Die PA, AP, AFP und DDP berichteten weder in Bild noch in Text über die Konzerte. Grund waren Forderungen von Williams' Management. Williams sei nur noch zu bestimmten Zeiten und aus bestimmten festgelegten Winkeln abzulichten und die Rechte am Bildmaterial an die Künstlervertretung abzutreten. SWR 3 schloss sich dem Boykott an und verzichtete auf die geplante Übertragung zweier Konzerte vom Hockenheimring. Während der Tour am 4. September 2006 erschien die Single Rootbox am 23. Oktober das gleichnamige Album. Das Album ist fast ausschließlich im Dance-Elektrostil gehalten. Williams versucht sich am Sprechgesang arbeitet seine Jugend im England der 80er Jahre sowie seine Zeit bei Take That auf. Stellenweise wirkt das Album satirisch. Viele Fans reagierten verschreckt. In Fachkreisen erhielt das Album zwar auch gute Kritiken, für die Single Rootbox gewann er den Ivor Novello Award für Best Songwriting. Im allgemeinen Tenor und vom Großteil der Presse wurden Single und Album jedoch verrissen. Das Album Rootbox erreichte zwar in der ersten Woche, genauso wie die gleichnamige Single in einigen Ländern Platz 1 der Charts. Fiel aber schnell wieder ab. Trotz Zusammenarbeit mit den Pet Shop Boys, Mark Ronson, William Orbit und Lily Allen verkaufte es sich im Vergleich zu Williams vorherigen Alben eher schlecht. 2007 bis 2009 Williams nahm eine Auszeit von seiner Karriere. In der Presse war er Anfang 2007 durch seine Suchtprobleme, später durch angebliche UFO-Sichtungen und unvorteilhafte Paparazzi-Fotos präsent. Hielt sich im Allgemeinen aber aus der Öffentlichkeit zurück. In seinem noch immer kostenpflichtigen Blog veröffentlichte er die Songs Break America und in End Out of Love. 2009 Reality Killed I The Video Star Nach einer fast dreijährigen Pause wurde am 5. August 2009 auf Williams' Website die Veröffentlichung seines neuen Albums Reality Killed I The Video Star für den 9. November 2009 angekündigt. Das Inner Sanktum wurde aufgelöst. Die erste Single-Bodies ist seit dem 4. September als Download erhältlich. Reality Killed I The Video Star folgte am 9. Oktober 2009. Auf dem von Trevorhorn produzierten Album findet sich auch der Song Blasphemie, ein Überbleibsel aus der Zusammenarbeit mit Kyle Chambers. Am 28. August 2009 wurde Williams zum MTV Greatest Superstar gekürt. Am 20. Oktober 2009 gab er ein Konzert in London, sein erstes seit drei Jahren, das in 20 Ländern in 200 Kinos, davon 37 in Deutschland, übertragen wurde. Weitere Singerauskopplungen folgten in Form von You Know Me und Morning Sun. Am 23. Oktober gab Williams ein kostenloses Konzert vor der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Ungefähr 7000 Fans bekamen Zutritt zudem einen Tag zuvor angekündigten Auftritt, bei dem er sieben Lieder sang. Am 16. Februar 2010 wurde er bei den Brit Awards in London mit dem Outstanding Contribution To Music Award ausgezeichnet. Mit Reality Kill the Video Star endete Williams' Verpflichtung gegenüber Emmy. 2010. Am 7. Juni 2010 kündigt Williams auf seiner Website an, dass am 11. Oktober 2010 ein zweites Greatest Hits-Album mit dem Titel In End Out of Consciousness The Greatest Hits 1990 bis 2010 erscheinen wird. In zwei CDs verpackt enthält das Werk insgesamt 39 von Williams größten Hits der letzten 20 Jahre. Zudem wird vorab verkündet, dass die erste Single-Auskopplung Shame zusammen mit Gary Barlow, einem ehemaligen Take-That-Kollegen, auf den Williams in der Vergangenheit nicht gut zu sprechen schien, produziert und aufgenommen wurde. Sie wird schließlich am 4. Oktober veröffentlicht, 2011 bis 2012. Seit Juni 2011 arbeitete Williams unter anderem zusammen mit Gary Barlow an seinem neunten Album Take-The-Crown, das am 2. November 2012 veröffentlicht wurde. Am 21. Oktober 2011 wurde bekannt gegeben, dass er bei Universal unter Vertrag steht. Candy war die erste Single-Auskopplung aus dem Album und wurde am 11. September 2012 veröffentlicht. Am 22. 23. und 24. Oktober 2012 trat Williams in der ausverkauften Londoner U2 Arena auf. Am 26. Oktober 2012 kündigte er bei einer Pressekonferenz eine Europatournee für 2013 an. Der Ticket-Vorverkauf begann am 30. November 2012. Am 25. Februar 2013 veröffentlichte er auf seiner Internetseite den Song The Brits 2013, der zusammen mit Guy Chambers geschrieben und aufgenommen wurde. 2013. Am 15. November 2013 ist sein zehntes Studioalbum Swing Sport Race erschienen. Dieses ist sein zweites Swing-Album nach Swing When You Are Winning von 2001. Auf dem Album sind Kooperationen mit den Künstlern Michael Bublé, Olly Mörs, Rufu Schwainwright, Lily Allen und Kelly Clarkson zu hören. Go Gentle ist die erste Single aus dem Album und wurde am 4. November 2013 veröffentlicht. Am 8. November 2013 gab er ein Konzert im Londoner Palladium Theater, bei dem er neue wie auch alte Swing Songs spielte. Das Konzert wurde im Dezember 2013 auf DVD veröffentlicht. Am 18. November 2013 kündigte er eine Europatournee für 2014 an. Privates Seit Beginn seiner Karriere hat Williams mit Alkohol, Drogen und später auch mit Medikamenten Abhängigkeit zu kämpfen. Zuletzt ließ er sich im Februar 2007 laut einer offiziellen Pressemitteilung aufgrund seiner Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten in ein Rehabilitationszentrum in den USA einweisen. Ende der 90er Jahre war er mit Nicole Appleton, einer Sängerin der britischen Girl Group Als Saints, verlobt. Da er in den USA relative Anonymität genießt, besitzt er seit einigen Jahren einen Wohnsitz in Kalifornien. Seit dem 7. August 2010 ist er mit der türkisch-US-amerikanischen Schauspielerin Ada Field verheiratet. Am 18. September 2012 wurde in London eine gemeinsame Tochter geboren. Am 27. Oktober 2014 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Andere Projekte 2010 nahm Williams zusammen mit den restlichen vier Take That Mitgliedern das Album Progress auf. 2011 ging die Gruppe in Originalbesetzung auf eine Stadion-Tournee durch Europa. Im Rahmen des Konzertprogramms stand Williams für die Lieder Let Me Entertain You, Rock DJ, Come Und Done, Feel und Angels auch allein auf der Bühne. Williams ist seit 2001 UNICEF-Botschafter. Die Wohltätigkeitsorganisation Gewitzung gründete Williams 2000 von Einnahmen eines Werbevertrages mit Pepsi. Sie leistet Hilfe zur Selbsthilfe für gemeinnützige Vereine in Williams' Heimatort der Grafschaft Stelfordshire. Im Rahmen des 2006 von Williams mitbegründeten Projekts findet alle zwei Jahre ein Fußballspiel zwischen prominenten und ehemaligen Profifußballern statt, dessen Einnahmen wohltätigen Zwecken zugutekommen. In den Jahren 2006, 2010 und 2012 stand Williams selbst auf dem Platz. Das Label für Herrenmode, Ferrell, wurde 2011 gegründet und nach Williams' Großvater Jack Ferrell benannt. Es musste im Oktober 2013 Insolvenz anmelden. Ein im August 2013 geöffnetes temporäres Geschäft in London wurde schon nach sechs Wochen statt sechs Monaten abgewickelt. Erfolg in den USA Der kommerzielle Erfolg in den USA blieb Williams trotz intensiver Promotion und zahlreicher Auftritte in US-amerikanischen Talkshows versagt. Keine Platte schaffte es in die Top 40, nur je zwei Alben und Singles tauchten in den Top 100 auf. Tourneen UK Europa The Show of Must Go On UK The Ego Has Landed The Festivals Europa UK One More For The Rock USA Sommer Man The Myth The Text Bill Europa Festival Tour Europa For A Few Dollars More USA Get Your Code Baby You've Pulled UK Europa The Sermon On The Mount UK Europa Weddings Bar mit Zwas und Stadiums Australien Asien Sing When You A Pacific Rimming Europa Weekends Of Mass Distraction Europa Europa Australien Kokof Justice Aus See Typo Tour Welt Tournee Close Encounters Ballroom Shows UK Europa Take The Count Stadion Tour Diskografie B To Do Ukra First Let's We Us We 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 Vielen Dank.